Donnerstag, Zaubertag und heute heißt es Abschied nehmen. Einmal vom alten Jahr, 23, aber auch von vielen Zauberkünstlerinnen und Zauberkünstlern, die wir in diesem Jahr verloren haben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.